Hallo zusammen und willkommen zurück hier wieder bei Raft, auf dem Raft, bzw. auf der die Acht sind wir ja gerade, ja, wir sind hier irgendwie wieder einigermaßen geheilt, äh, ich komm schon wieder hier nicht hoch, äh, ja, äh, mit mir zusammen wie immer der Moritz und der, um, äh, danke, dass ich schon zur Routine gewonnen bin, die sind, gut, Moritz rennt da gerade vor mir, wir hatten irgendwie zum Letzten den, die Weiterführung hier nicht gefunden, in dem, oder auch der Jacht, aber, es gibt da glaube ich jetzt eine Lösung, wir gucken mal, ihr müsst ja einmal hoch zu mir, naja, ich bin ja auf dem Weg, ich bin auf dem Weg, ich bin ein alter Mann, äh, nicht vergessen, und jetzt konnte ich gerade eben von unten hier mit irgendeine Tür öffnen, warte, die ist wahr, glaube ich, noch auf so einer Zwischenebene, oder Moritz, komm mal kurz mit, ich zeig dir, was ich meine, runter, hier die Tür konnte ich gerade öffnen, Und der ist leicht dunkel Oh, ja Ich weiß aber nicht genau, oh, hier sind Treppen, wir sind auf jeden Fall mal hier Ja, Tom, warte mal einen Moment Äh, hier, hast du hier hinten schon geguckt, Tom? Ich hab noch nirgendwo geguckt Dann gehen wir erstmal hier auf der Etage weiter Ich hab nur geöffnet Hier benötigt eine Schnüsselkarte, okay Das ist noch draußen Kunststoff, noch mehr Kunststoff, und noch ein Stück mehr Kunststoff, und ein Hinweis, ne, vierstelliger Code Wir hätten noch ein mechanisches Teil hier gefunden, jup Noch mehr Kunststoff da hinten Das hast du Hier kommen wir nicht rein Hier können wir auch noch machen Ja gut, dann gehen wir erstmal wieder zurück zum Treppenhaus, ne? Ja Treppenhäuschen Schlüsselkarte Ich geh mal vor Ja, genau Ja Ah 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 Meins Äh, hier bräuchten wir einen Wagenheber Oh Gott Was haben wir denn hier alles, das ist ne Yacht, das ist... Ich hab ne Schlüsselkarte Hier braucht man keinen Wagenheber Warte 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 Dann lass's doch erstmal mit der Schlüsselkarte erstmal runtergehen und da weitermachen Hier hinten noch irgendwas Nee Achso, das Wagenheber Und hier Ja, Moritz, dann komm da nochmal mit runter, dann machen wir erst da Ja, dahinten geht's noch weiter Ja, wir gehen da runter Stelllambar Ja, mit der Schlüsselkarte Ja, geh mal rauf Achtung Ratte! Ein grüner Schlüssel habe ich jetzt hier. Das ist nicht. Hier ist gar nichts. Dann war das halt nur der Schlüssel hier. Ich wette hier ist irgendwann eine versteckte Wand. Ja, dann mache ich die auch einmal ausschüssig wieder reißen. Doch nochmal hoch. Dann wieder hoch. Da 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 da. Das geht ja gar nicht mehr an. Doch, hier kann man noch weiter. Hier ist es. Hier geht's hoch. Warte, Zwischenebene. Eine Kiste soll ich aufbauen? Ein grüner Schlüssel, ich habe hier aufgemacht aus Versehen. Das war eigentlich nicht geplant. Aber hast du die Kiste aufgemacht? Ja, ja, habe ich in meinem Inventar jetzt. Hier ein bisschen Toilette, ganz wichtig. Blobapier. Das Wichtigste. Mit was zu saufen. Oh, Ratte. Leute. Lass mal den Arm in Ruhe. Ist ein Hinweis? Soll ich vorlesen? Näh, dich first. Mach mal. Du kannst es. Ich first. Was denn nicht gehört? Oh, da fehlen aber jetzt einige dazwischen. Fortschrittsbereich. Bericht über die Reformation der Terraformation. Kapstadt bedecken. Stabilisiert. Erwarte Erträge des Nigerbeckens. Alles klar. Da fehlt auf jeden Fall einiges dazwischen von Hinweisen. Geh, dann nochmal hier weiter hoch. Ja, auf jeden Fall weiter hoch, genau. Zack, 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 zack. Oh, hier ist eine Tür. Wir bräuchten eine Bombe. Hä? Eine Bombe. Okay, ich guck mal kurz, was wir alle aktuell noch an Teilen haben. Wir haben einen Gastank. Kugeln. Anzünder. Vielleicht sollten wir nochmal ganz runter gehen, da konnte man ja irgendwelche Sachen machen. Warte mal, wir hatten noch eben einen grünen Schlüssel oder sowas bekommen, oder nicht? Den habe ich schon benutzt. Der war hier für die eine Tür. Äh, Leute, achtet auf die Bateriore. Lampen. Ich hab meine schon wieder abgesetzt. Ja, ich auch. Gut, noch weiter runter. Wir können eigentlich auch wieder außen rum gehen, ne? Boah. Sommersonne, Sonnenschein. Und hopps, 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 hopps. Hier geht's runter. Alle hopp. Noch runter, oder? Äh, ich probiere noch kurz was nachgucken. Wir lernen uns nur wieder loswerden, indem wir, indem wir runterspringen. Nein. Übrigens, man kommt wunderschön über die Segulanten drüber. Gut, dann wieder einmal ganz im Keller. Also in. Nicht nur kurze Dusche nach dem Brünen. Kann's sau machen. Kann laufen. So, ich bin das eigentlich nicht so schlau, aber egal. Ich hab jetzt keine Lust zu latschen. Ah, Ratte. Ah, die Riesporn doch. Ja. Aber gut, ist nicht so schlimm. Da kommen wir, glaube ich, essen von, oder? Ja, ich hab jetzt schon drei Stacks, äh, drei Fleisch von denen bekommen. Ja. Ja. Und mein Schwert ist kaputt. Ich hab ja Gott sei Dank neues. Äh, wir bräuchten ja einen Bolzenschneider. Soll ich den benutzen? Ja, hab ich. Ja. Genau. Äh, ein Schweiß und ein blauer Schlüssel. Weiß ich, blauen Schlüssel, den braucht man doch irgendwo. Ich lese kurz den Hinweis. Vielleicht. Vielleicht ja nicht. Ich weiß nicht welcher es ist. Ja, ist doch nicht so ein Schwer. Ja, glaub ich auch nicht. Äh, dann lass uns hier nochmal weitergehen. Blauer Schlüssel. Wow. Aus Versehen. Oh, hier ist aber dunkel. Ein Billiardtisch. Hier ist schon wieder irgendein Vieh. Ich weiß doch. Ja, hier ist es. Im Moment gar keine Sounds von Rev, warum auch immer. Ah, hier ist noch Kunststoff. Äh, hier ist noch eine Tür. Äh, Tom, wo bist du? Oh, ich brauche was zu trinken, mann. Trink mich bei mir das kleinste Problem. Kannst du mal hergeben? Kurz. Eine Nuckelflasche. Mach dir bitte nicht leer. Danke. Nein, ich trinke einen Schluck. Ein Schlückchen. Ja. Danke, wo bist du? Da. Okay, war hier irgendwas drin? Ja, von dem Raum habe ich die Tür da oben aufgemacht. Ja, gut, dann kommen wir wieder hier rein, denke ich mal. Hier hinten geht es noch weiter, nehm ich. Ah, hier ist eine Ratte. Ah. Aua. Autsch. Hehehe. So. Gut, hier geht es wieder noch weiter. Hier gibt es gleich Treppen. Ja, erstmal hier durchgehen. Hier ist noch ein bisschen. Wäre ganz gut, wenn einer bei mir bleiben könnte, weil... Sonst habe ich gleich keine Batterien mehr. Ja, ja. Ja, dann mache ich meine nochmal aus. Mal hier leuchten. Hier ist nichts weiter. Alles leer. Hier ist nur ein schönes Bild. Hier nichts. Mach mal eine Klampel nochmal wieder auf. Ich sehe sonst nichts. Hier kann man aufmachen, ja. Muss ja mal auf die Toilette hier ist so eine. Ne, ich nicht. Hier kann man... Oh, hier kann man auch machen. Ne, ne. Mülle. Hier kann ich nicht. Ah, hier ist eine Ratte. Wow. Ratten sind ungern. Ich habe mal gehört. Autsch. Hammer. Autsch. Warte, ne. Ich nehme die. Oh, denke. Dann reicht nicht. Da ist ein Tresor. Da ist ein Tresor. Da ist ein Tresor. Meiner, meiner, meiner. Nutzen vierstelligen Codes, soll ich? Ja, komm. Okay, bist du da? Ja. Elektrische Leitung. Hinweis. Hinweis. Und ich brauche schon wieder was zu essen. Ah, ne, ich brauche was zu essen. Das habe ich noch. Ja, ich brauche auch was zu essen. Na, jetzt habe ich nichts mehr. Wow. Hier kann man nicht aufmachen, aber hier bestimmt. Ich brauche auf. Äh. Mechanisches Teil. Meins. Schrott. Trieben. Kiste. Kiste. Da ist nichts drin. Ach. Gut, dann sind wir hier auch wieder durch. Jetzt haben wir halt irgendwie ein elektrisches Teil schon wieder gefunden, ne? Elektrische Leitung, ja. Wofür brauche ich? Ah, hier geht es noch weiter hoch. Ah, ne, hier waren wir doch bestimmt schon. Nein, hier waren wir noch nicht. Oh, äh, raten. Zwei Stück. Ja, out, 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 out. Äh, äh, äh. Es ist schlecht. Es hat kein Speer mehr. Aber ich bin tot. Fast. Ich brauche noch genauer einschlag. Mein Speer ist tot. Und Rubehabe ich. Ein Speer oder du? Doch hier waren wir schon. nein doch wenn ich habe jetzt schon mal viel fleisch waren wir hier auch schon hoch ja es wird sinn machen ich habe fünf fleisch die könnte ich alle braten dann machen wir das auf jeden Fall unterwegs ja Tom hier in dem unter dem hier ist auch im Schneckentam unterwegs hier noch eine Kartoffel unsere Essensversorgung aber sowas von und wir sollten gleich auf gucken dass wir ein bisschen äh hier Batterien noch machen damit wieder Lichtchen haben ich brauche keine auf jeden Fall hi meine Dinge sind wir fertig hier die Bäumchen ich habe schon wieder Fleisch auf die Dings gelegt gar nicht so easy dieses Dünne einfaches ja immer noch mehr hast du noch Samen hier für die Dinger was was Samen ja habe ich schon gemacht alles gut irgendwo Ich sortiere mal mein Inventar aus. Ich freue mich darum, dass die Dinge weiterfragen. Ich muss auf jeden Fall gleich mal noch Speer wieder machen. Für den nächsten Ausgaben. Ja, ich bräuchte auch noch einen. Metall sind hier jetzt jedes Sieben drin, da habe ich mich erheben. Ja, oder was macht ihr für mich? Ja. Die sind so viel besser. Würde ich nicht. Spä-schleich, gleich, gleich. Noch ist nicht so. Sonst würde ich mich mal vollballern. Aber das sammeln Sie mal. So, ich möchte hier eigentlich noch ein bisschen was wegkriegen lassen. Wäre es nicht auch sinnvoll, sich erstmal noch ein weiteres Bett zu machen. Ja, aber wir haben nicht so viele Federn. Ja, wenn du mir sechs, äh, sechs, sechs, hier, sechs Palmenblätter gibst, dann kann ich was machen. Äh, wollen wir mal, ja. Wir müssen hier, hier sind wir gleich an der Kiste kommen. Ja, soll ich, ich könnte jetzt ein normales machen. Also so ein normales Bett. Ja, du machst erstmal ein normales. Wir haben ja die anderen beiden. Passt schon. Ich schlag draußen. Gute Nacht. Los wurde nicht für drei. Ja, ich schlag. Ja, ich schlag. Erstmal haben wir wieder einen Speer. Ja. Der Speer, den bräuchte ich auch. Okay, Speer, Speer. Ja, mir fehlen zwei Seiten, der Scheiß. Wir wissen auch, welche da seien eigentlich. Und hab hier welche ins Gesicht. Braucht ich noch einen Metall-Bahn? Oben. Also wir brauchen auf jeden Fall als nächstes. Tiere. Also, falls jemand unbekannt wird, hat ich hab schon mal gemacht. Oh, ich muss nicht. Oh, ich muss nicht. So. So. man macht einen ich finde es witzig wie er jetzt einfach ein Mensch ja dann müssen uns und Gelegenheit auch noch mal dran machen das will auch irgendwie haben größer bauen ja alles fehlen würde ja nee das dauert ein bisschen mir fehlt nur Holz mehr für ihn ich hab's nicht geschrotten ich hab's nicht geschrotten ich hab's nicht geschrotten gut da die Lieder ist aus ich könnte jetzt ziemlich stark erweitern die Frage ist in welche Richtung erstmal müssen wir glaube ich gerade nicht aber äh gut die Frage ist halt warum wir gerade nichts wenn dann müssen wir mal hier wieder machen aber die Frage ist ob wir jetzt noch mal raus wollen wir haben noch 3 Minuten ne ich glaub nicht das ist noch dann macht man ja nicht ne dann gucken wir nochmal was hier noch zu machen ist ja oder ich wenn wenn wir noch ein paar Seile haben dann kann ich wieder diese das ist blöd ich hab hier noch so ein Bier hinter mir Oh, die Kacksammelnetze brauchen so unheimlich viel Seil. So ist es schön, es schwankt ein wenig. Das schwankt ein wenig. Das schwankt ein wenig. Oh, so heiß. Moin Moin. Bist du auch so heiß? Der kam flach. Ja, der fiel mir gerade mit von da. Oh nein. Das wichtigste ist immer, dass man selber über seine Hütze lacht. Essen, Mahlzeit. Gut Hunger. Danke. So, jetzt geht es immer wieder besser. So. So. Das ist doch schön. Ganz schön viele fertige Sachen. Was wollen wir mit den ganzen blöden Rezepten machen, die so unnötig sind in diesem Spiel? Ja, ich bin halt ein unsortierter Mensch. Schwingen. Schrott nach oben. Schrott. Das, 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 das kommt erstmal hier hin. Das kommt da. Hier haben wir Planken. Hier passt das und das da hin. Ach, hier sind noch mehr. Gehen wir nochmal oder nicht mehr? Ich glaube, die Folge ist gleich vorbei. Ja, genau. Wir sind, äh, 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 wir sind. Wir sind heute schon wieder von der heutigen Folge, wenn's euch gefallen hat, lasst gerne, ein Däumchen, das, Däumchen, wie auch immer da, Wir sind auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder dabei hier weiter zu machen. Äh, dann geht's denke ich mal wieder zurück, auf die Yacht. Die nächste Folge, wie gehabt, beim Moritz wieder auf dem Kanal, äh, dann, äh, bei mir oder bei uns generell. Däumchen da lassen, Kommentare schreiben ohne Ende und wer es noch nicht hat, auch Abos da lassen. So, damit bin ich raus für heute und sage Tschüss.